ja jetzt wüsste ich gar nicht wer der german der ist der ding so okay das pull hat der german schneebesen gewonnen ist german schneebesen to throw first games on the first leg oh gott einmal bouncer games on the first leg ist der schneebesen die man drei und a 63 geworfen 23 23 23 gut da ist er fair wie alle youth online dartleger spieler super fair und er hat die blade 6 die ist selbst leuchtend ja war man sich den leuchtring selbst leuchtende scheibe das licht kommt aus den siedal fasern die werden unter mondlicht gezüchtet und damit illuminierendem spray aus pilzmasse verfeinert und die pilze die leuchten dann von selber geht richtig ab das ding siehst du das pilzmyzel das leuchtet dann radio ist leicht radioaktiv aber macht nichts kostet ich so 10 15 lebensjahre dafür ist die anschaffung nicht so teuer wie bei so beleuchtungsring 11 punkte geworfen von der german schneebesen ich weiß von der schneebesen heißt es ist wie wenn du mit dem schneebesen auf die scheibe drauf knallt ist auch alles mögliche also 45 43 43 jetzt gehen wir wissen nach neun aufnahmen auf 3 72 german schneebesen jetzt noch mal nach nach zwölf aufnahmen bei 381 nach vier aufnahmen nach zwölf darts es ist übrigens glaube ich so liga 1 und 2 das sagt überhaupt nichts über das können aus die leute wurden einfach in zwei liegen aufgeteilt weil es so viele anmeldungen gab also es ist nicht die bundesliga und zweite bundesliga oder sowas es sind einfach zwei darts liegen und der youth online darts liga da ist hashtag online darts liga beim beim dings beim markt beim apdarts sind die leute hier untergebracht er hat mich gefragt sein wenn wirst du da was mithelfen ich habe gesagt da sicher bin ich da am start ich könnte am mittwoch streamen und das machen wir jetzt eben ach sie gerade dass die frage auch reinkommen alles gut 39 zuschauer erinnert mich immer an dieses an diesen space marine bei beim starcraft intro der auf dem battlecruiser zeigte und da fliegt er so drüber ultra krass oder essen der 40 also ich meine 41 genau ohne german schneebesen ist ganz schön schnell der kollege aber eine 85 der sitzt schöne letzte am anfang bouncer gehabt wenn wir auf plasma so redet über scoja dann ja die elfen pipi versiegelt ja das ist richtig habe ich nicht dazu habe ich nicht dazu gesagt ich war sie auf den dritten da 10 nicht hier seelisch etwas angeknackst wenig zählisch das war eine 44 genau vergessen zu sagen so jetzt habe der schneebesen kann er hier mal einen umrühren kann aber auch schlagen was ist da los der hakt sich gerade noch ein man muss sagen die da sehr bei uns anfällig soll ich das jetzt zusammensetzen richtig habe ich nicht geschafft aber ich habe schon sushi gegessen da es konnte nicht kaputt und chemie deswegen heißt der whistle die pfeife heißt es das heißt chemie die pfeife auf deutsch übersetzt auf englisch sind es nicht schlecht so eine 60 schöne gerade daten german schnee wesen er ist er ist im finnisch bereich ich bin mir die witzel braucht 138 kann ich nicht ganz löschen trifft aber die dritte 18 nicht und gibt das ganz für 112 feuerwehr bei german schnee wesen die schaut so aus über die 20 spielst über die 1 der klassiker erst mal auf die 1 gehen und ob ihr gibt die scores stelle ein als das video gerade ist momentan aus irgendeinem grund aber ich versuche alles mitzunehmen wenn wir ein schnee wesen 20 wieder bei uns oder hörte sich zumindest so an 36 hat sich tops hat kein daten mehr tatsächlich ein bouncer gemacht ja 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 ist da los da muss man gleich noch mal das bord anschauen jetzt wird sich erst gemütlich rüssel macht der game schott aber bürste jetzt kimi der wessel to throw first game on jawohl schön modiert bleibe flutscht uns ein bisschen raus oder wollte gerade sagen die scheibe flutscht jetzt aber jetzt aber hat er die kamera gewechselt warte mal kurz dings erwarte einfach nicht 19 glaube ich muss die scheibe noch mal gerne machen denn er hat ist die kamera gewechselt jetzt sehen wir die scheibe besser dafür sehen wir nicht mehr alles es hört keiner zu es geht einfach los die wie deine scheibe ist nicht ganz im bild dafür hast du rechts noch jede menge platz und die kamera ist viel besser oder hast du licht ausgemacht ja oh ja was sind jetzt los bisschen darüber ja dass das dass das ja wunder warne lass mal stehen die kollegin wunderbar nehme ich so gleich wieder bei dir ist mal kurz hier über zack so ok weiter geht's dankeschön ich weiß nicht warum aber jetzt ist wieder eine andere kamera angegangen beim brüsseler ist denn los jetzt noch mal ein groß rein machen wahnsinn 23 im auge behalten was warum da die kamera wechselt oder die exposure oder jetzt licht oder die qualität oder keine ahnung was los ist 98 von ihm jetzt der german schneebesen hat man 97 angefangen 71 stabil geworfen bisher jetzt 26 ganz bitter von ihm für ihn schöne blade 5 dual core hier aber kimi der whistle man sieht auch die wird öfter gedreht beziehungsweise dreht einfach nicht so hart ab und in 42 von ihm und hier ist eine windmower blade 5 eine ganz normale schaut gut aus schaut regelmäßig gedreht aus alles gut war nicht mehr die jüngste ich sehe sowas immer gerne wenn die jungs richtig gas geben und alle zuschauer hallihallo wir sind beim dritten spiel der youth online darts league vom mittwoch die jungs machen ungefähr gefühlte 1000 spiele pro woche vier stück stream ich jeden mittwoch um die jugendlichen ein bisschen bekannt zu machen ein bisschen daran zu gewöhnen dass sie das leute zuschauen da ist man ja auch etwas ängstlich und jetzt sind auch viele die jetzt erst angefangen mit das 140 sein und natürlich wie der die erst angefangen haben noch nie auf dem turnier waren online spielen wenn der triple 19 damit dabei und jetzt kann man sich wenigstens bisschen mal stress machen wie man hier ist verpasst für 32 lässt sich blitz schnell 56 jahre über der kollegin und da weiß man der german schneewesen der weiß seine finne schwege das hat er gelernt dass wir mal eine gute voraussetzung im gegensatz zu mir ist er in der triple 20 nein ist nicht drin aber 60 stellt 56 required und jetzt plötzlich jetzt game short on the second leg the german schneewesen game shot and the leg is the german schneewesen to throw first game on und es waren re-break break re-break das game würde dem roby gefallen robert bist du da ne robert majanovic break und re-break und schön 39 erst mal vorgelegt gimme the whistle der hier gerade keinen dart auf doppel hatte ja macht mit 40 in der 40 und da ist der schneewesen wieder jawohl 83 823 der scorpion ist schon der vorrunde von der jugend online dartliga ausgeschieden leider es gibt sogar ein scorpion der noch drin ist tatsächlich scorp feier das haben wir schon mal spielen sehen hier 135 schöne bude von der rüssel der flüstert hier mal ein zurück zum german schneewesen sagt hallo in der flüsterer hallo ich möchte sagt jeder e-mail rein aber ich habe alle feinst der scotten eb sind es wäre so ein wort das holländer hassen würden das schneebesen oder sprichst du bei st hd s und sch einzeln aus schnee besen 339 so habe ich mal kurz gegeben die averages sind hier ziemlich geil übrigens überhaupt nicht zum gehen nämlich 50er match average bei beiden und lag average grad bei kimi the whistle auf 71 vorjetzt einloggt jetzt auf 65 und 63 53 hier beim feind ihr seht hier unten die averages der schneebesen jetzt kommt der haus auf drei da gibt es den schenkelklatscher jetzt noch mal gas geben fokus da die wisse kann jetzt in den finnisch bereich kommen ebenso german schneebesen hat sich schön gestellt und da ist er schöner da der flutscht immer die triple 1 sieht so aus 1 der 64 ist gott frage sein nein 62 score zwei punkte weniger noch nebel 196 176 oder 75 den wollte er nicht den wollte er nicht gemide rüssel 113 wie fängt da an oder 13 kann man auch die 113 die hasse ich so sehr also 53 rest bei ihm 13 für tops verpasstes high finish live im fernsehen 90 sagt modiert und 20 rest und ich hätte nichts ob sagen sollen sondern 40 rest aber ist egal die jungs und ihr wisst auch also warum ex geworfen vorne schneemäsen auch 169 muss auch passen jawohl geht auch 150 runter und der wisse braucht 20 20 rest jawohl game shot an der wisse jetzt kimi der wisse zu tropfen wer hätte es gedacht schon wieder ein break 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 das spiel besteht nur aus breaks gib mir break gib mir kitkat ich habe kein kitkat hier ich habe gar nichts hier papier papier und ich habe das dritte spiel hier und die jungs 23 23 geworfen im video ist er ist er wieder dran der selbst leuchtenden darts scheibe ein wunder der natur ist nicht von schott 87 schnee wesens öfter von bounce angeplagt hier muss man sagen hat die meistens groß hier mit zwei darts werfen müssen also nicht so extrem aber herauszustellen 43 geworfen oder so was mein handy klingelt oder vibriert schon mal ganz kurz ich habe nämlich heute mensch von der pc versucht anzurufen wegen diesen wegen diesen dings da ich sehe gerade wir machen heute noch mal ein stream etwas geschockt wir machen noch mal stream der pad 0 lpd von von twitch der kommt noch mal hier streamen er möchte nämlich sein streaming büro vielleicht bei mir rein verlegen ich wollte auch schon mal so eine art media haus hier machen bei mir im datensportzentrum ich habe ja die kameras ich habe das know how ich habe die 30 meter hdmi kabel das ganze entrum und da wollte ich sagen wenn so junge youtuber oder leute die mal youtube ausprobieren wollen oder wie so ein channel ausprobieren wollen weißt du ich habe auch kleines fotostudios kann man ja sagen die können sich ein mieten oder einfach mal schnuppern eine woche gucken wie es ist meine sachen benutzen und das will der pad mal ausprobieren haben wir letztes mal auch folge ausprobiert und dann probieren wir es heute noch mal streamer heute noch mal von hier aus der allen krieg gerade einen schock der denkt sich nein ich will die ganze nacht aber an hier ist so ruhig auf twitch und mit pats immer auch zu zweit da hat einer einer immer ein auge auf den chat also ist alles in ordnung da müssen die mods sich nicht aus dem fenster lehnen weil der bot sagt willst du donaten und der ausgang sagt ich glaube nicht so jetzt also dann kommt heute abend noch mal ein stream das heißt heute abend ist ein viertel nach sechs meiner frau irgendwie erklären 114 muss der german besen auch seiner frau erklären den bilder nicht jetzt checken schafft er nicht der einsatz tut weh er wollte eigentlich was anderes ist was schönes machen die mitte wissel jetzt 158 die gehen auch nicht bei ihm 37 und schöne da hat 80 rest für ihn schön gestellt german stehen wir noch 75 jawohl geht die rote die ich nie gehe doch die ich versuche zu gehen oder macht da ihn jawohl game shot sonne oder nicht 38 35 und tops oder gecheckt ja klar eine frage ich so game sonne bis weg german schneewesen zu trofers game on im crucial moment wurde ich von meinem mod ist unterbrochen und es ist eine 84 83 und jr ruft mich an muss mal auflegen leute wir haben noch nicht wir haben drei es steht 2 zu 232 warum rufen jetzt die andere gruppe an leute 60 bitte in den stream reiner muss euch mal den link zum streamen die kann ich gar nicht bin da beschäftigt heute kann man nicht aber nicht den aufnahme vom gemissel verpasst die german schneebesen aktion jetzt mitten in den call rein vom jaguar und was der markt da ist oder ein anderer aus der gruppe der jugend online da da schreibt man bitte rein dass ich da schreibe ihn zum sieg da hat er bock bekommen den german schneebesen 140 180 83 ist das hier noch youth online liga oder ist das schon players championship der germanship ist ab 16 dritten leute das ist noch jugend liga alles gut 60 von der rüssel und german schneebesen ist hier auf dem elf data ist hier auf dem zwölf data und ist hier auf dem bouncer hat hier einen geilen run 60 rest nach 12 kann man mal so machen super starke darts von ihm und 3 32 für die wisse der hier gut geworfen hat abgeschlagen ist aber das wundert auch keinen und ja auch die schöne trippel 19 daraus noch mal getroffen krimi der wisse starke 82 und kann eine auf clip drücken genau ich habe es schon verkackt ich habe mein stream nicht mehr offen lässt er aus und ich suche gerade diesen klipper habe nicht gefunden jetzt bringt sie nichts mehr nehmen ist klipper klipper wann wird er kommen wenn ich klipper mal trotzdem dafür das lied abgeklippt und was verpasste postet nämlich doch hier den schönen 15 data wollte ich doch hier 16 18 da hat er einfach einloggen aber verpasst später muss man mein clip hier hochziehen jawohl der rüssel macht ja auch eine schöne aufnahme ist es eine sechste ist 87 okay der german schneewesen er kann es nicht fassen jetzt stellt er sich um und er schaut drin aus dem muss mal einmal bilden habe ich glaube das ist ja game shot sonne bücher und schneewesen jawohl danke dir und er weiß nicht was ihn hier getroffen hat der wisse ne weiß ja schon er ballert aber weiter alter schwede jetzt sind die jungs und feiern jetzt jetzt bist du schnell für mich sogar ein spiel zu kommentieren was ist denn hier los vier punkte geworfen und schneewesen hat schon gezeigt was er kann jetzt ist er natürlich ein bisschen unter druck selber sich zu beweisen kann ich noch mal nach und dir kann noch mal nachlegen was ist los mit mir die musste aber nicht alles gut wir sind super froh alle aufnahmen hier gespielt auf jeden fall und du kannst ganz relax noch mal ran ballern alles gut dass die duftbarke gesetzt 37 prozent die doppelquote und die andere ist 50 prozent übrigens also die jungs die vorhin da waren die schon gerade auch zu denken sich also macht man aus im zweiten datt im dritten datt er wird es bei 52 und 54 wie gesagt das ist liga 2 das sagt aber gar nichts die sind einfach zwei liegen aufgeteilt die jungs und 62 jahre 64 wollte noch mal rein schon da und der german schneewesen lande da eben in der ja 45 von ihm jetzt chemise whistle bei einem anwurf auf dem weg zum ausgleich der schaut gut aus ist ja im trippel der ist auf jeden fall im trippel aber den wollen wir nicht das sind 43 bitter 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 aber fair play von beiden hier und der german schneewesen jetzt mit den schönen grünen gedönsheim und das spielt perfekt glaube ich sieht aus wie per sie ist nicht genau und er spielt kreis was ist eigentlich los mit den jungs das sind die leute die einfach stand vielleicht einfach mal auslassen sagen wie schaut's aus 25 wir haben ein schneewesen deswegen ist der schneebesen weil er weil er vielleicht spielt wahrscheinlich sieht aus dem schneebesen stimmt ja schöne trippel 18 nachmodiert das ist jetzt nicht ausrechnen aber den da wäre es rechnen er rechnet noch nach er hat es geschafft aber kommt genau auf 80 dann hätten wir es auch schaffen können und ja kommt so genau auf 80 tatsächlich sogar hier kommt man genau auf 2 und 24 sogar ich wollte sagen 22 und der schneebesen das match ist auf jeden fall nach 15 da hat auch 268 jetzt schön runter modiert wird sich das war eine trippe 20 a ja verstehe ok 170 gestellt starke da hat es von ihm die wir sind schon los ich habe da noch mal reingeschaut 26 heute darüber wohl sei wohl sei gehen ist knapp ausgerutscht 26 geworfen der german schneewesen ist sie müssen hier kein haus zu hoch ein berg zu weit stellt sich hier mehr 170 versucht die auch greift da an ist da mutig genau dass die jugend online darflieger und ich sage schade für die pc denn es kommen sich ein paar jugendliche die auch mal hier im fernsehen waren bei mir kommen in den nächsten jahren auch mal im fernsehen woanders dann habe ich da zwar keine übertragsrechte übertragungsrechte mehr dran aber ist mir egal ich kann sagen hier die kollegin war bei mir im fernsehen live im fernsehen so schöne trippel 18 hinterher wunderbar gestellt auf 36 und kimmy the whistle auf 184 jetzt hier schnee wesen hat ihm noch mal ein modiert er ist jetzt mal im triple würde ich sagen und der auch nach sieht aus wie die 121 und ist es auch stehe wesen you require 36 and its game shot on a six back the german schnee wesen 7 flag is the german schnee wesen to throw first game on also es geht 4 zu 2 für german schnee wesen schnee wesen wenn er hat hat er gewonnen dann schieß 52 und wenn kimmy jetzt noch zwei holt ist unentschieden 4 4 der kimmy kann nicht mehr gewinnen das unentschieden ist schon safe weil man nicht sponsor ganz kurz aber hier durchaus was ganz gut rein zu der windmower blade 5 dual core die kümmern die wesen spielt aber heute mit polian ihr werdeten später noch sehen ich ziehe später noch ein trikot an dass ich auspacke auch später im stream mit dem pad der pet ist wahrscheinlich schon wieder unterwegs hier letztes mal war auch um sechs uhr da da haben wir natürlich zwei stunden lang im stream eingestellt den ich jetzt wieder verstellt habe total vermodiert habe der pet wird kommen sie die köpfe über den händen zusammen schlagen und sagen was ist da passiert und ich meine die hände über den kopf zusammen schlagen aber egal ich klippe ich mir selber mal raus denn ich habe gemerkt ich verspreche mich paar mal der martin hat das irgendwie mal in seinem notizbuch wo mir fällt auf tatsächlich verspreche ich mich wohl öfter mal aber egal so jetzt haben die jungs zeit und ruhe gehabt hier nachzupotieren einfach durchgelabert und der german schneewesen hat auch den effekt meiner stimme schon gemerkt hat wollen was ich immer wieder wiederhole wenn ein fördercenter wenn ich einfach von vor mich hinrede fliegen über 180er und high finishes und alle sagen sein red mal weiter das beruhigt das macht gerne daten man hört dazu und wirft einfach so im flow yoga yoga darts ist es ich will yoga dazu anbieten glaube ich kann man yoghurt zu essen und ich laber und dann kammer daten und wunderbar und da hat der german schneewesen total im sen modus hat er einfach mal 1000 data geworfen warum auch nicht 100 hiervon mögliche wissel 100 und der german schneewesen 2 21 er ist auch im trippel hier ja wohl beide sind dabei und chemie ja der mark war schön er flugt ihm rüber 45 oder 45 45 ist es 121 für german schneewesen ist ein finish jetzt auch 101 ne macht er nicht er wollte hier die trippe 17 angreifen für bullseye allerdings hätte er dann nicht größer stellen müssen weil er die kollegin noch kein finish hat also kimi wissel ist die kollegin in dem fall ein kollege aber ich seht ja ich gender voll durch ne egal kollege kommt auch ohne adjektiv oder nummer oder irgendwas getötet tief aus oder bestimmungs tief oder form tief so wie martin schon sagte die kollegin oder kollege kommt einfach so aus geht auch mal aus kommt einem auch mal aus ist wie ein datenfalle wobei datenpfeile weniger oft ausgehen jetzt aber geht was aus bei kimmy nein schade hat hier hat hier das finish nicht aber der german schneewesen mit der chance match starts für ihn match starts match starts für ihn noch einer 20 das war wieder ein bouncer das war fast wie so deine frau kommt ins schlafzimmer zieht sich schon um und sagt dann ich bin gleich da weg schatz ich muss noch hin und denkst du schon was ist hier los ist schon bock und dann doch kein finish der drin bei der witzel game shot an die andere wegen jawohl game shot on this on the seven flag kimi der witzel jetzt kimi der witzel to throw first game on und german stehwesen haut hier drei match start in sand wovon ein bouncer und der witzel check den 64 gibt es im hardcore die checkout prozentage ist bei der witzel 60 prozent ist denn hier ein pdc scout dabei oder spotter die gibt es doch nicht mehr vielleicht werde ich das mal wer weiß so drei und gedöns 28 geworfen und 33 prozent check out bei german schneewesen der hier an 54 er wird spielt und kimi rüssel auch beim 54 average also die 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 nehmen sich hier nicht viel es geht jetzt darum wird der german schneewesen hier einen sieg mitnehmen oder kann kimi der witzel das zweite unentschieden an diesem tag forcieren forcieren mit 66er 60er checkout momentan wieso denn nicht ich habe etwas zu schnell gerade der witzel ist auch wieder gegen die kamera gestoßen da muss ich mal ganz kurz hier gleich das waren trippel muss ich gleich kurz korrigieren jetzt auch ein trippel steckt sauber drin als normal drehen und 127 127 warum auch immer er da nicht wollte rock cross ich wollte aber ich konnte nicht oder so der rob der heißt wollte egal jedenfalls ich den auch mal wieder sagt und da ist er wieder dran ich gleich noch mal wie oft kann man eigentlich klippen sondern bis zum tippen fehler entsteht wahrscheinlich gab es früher das kennt ihr gar nicht mehr hier counter-strike beta 5.2 oder beta 30 aus gezockt haben beta 6.1 da gab es noch wenn man zu hoch aufs dach ist dann war man auf einmal im wasser oder bei counter-strike menschen gespielt hat ach das war beta 3 irgendwas da konnte man auf der mauern war dann wasser und konnte darüber schwimmen das kennt ihr alles nicht mehr ihr musst durch den kanal jawohl doch die kanal geht es auch die mit wissel und zwar doch den trippel 20er kanal aber vom allerfeinsten wird hier zum klempner wird hier zur gladiole nicht zu wechseln und gladiator 132 für den german schneewesen kann er den auch jawohl ist noch on triple 19 bull kann er nicht lässt er aus schiebt noch mal rüber schiebten drei jahr glaube ich gibt dann drei oder nicht wissen wir nicht gewissen greift 136 wieder an jawohl 351 worfen und starkes matches das ist ein trippel fünfer glaube ich könnte 50 sein ist eine 55 81 erst bei beiden der krimi kann nicht krimineller werden was ist hier jetzt passiert und kriegt hier kein dat kann hier stellen und kimmy 81 rest was macht er was macht er mit seiner superquote wenn er auf dem doppel kommen wird sie kritisch aber jetzt muss er und er wollte doppel 19 doppel 90 bei den geile doppelquote macht dann doppel 18 hinterher und jetzt die chance für die german schneewesen drei match start und er ist drin der skype short and the match german schneewesen gewinnt die bude aber wie knapp war das wir switch noch mal kurz zum um der wisse der macht den daumen hoch denn er hat kein sound wunderbar wurde hier und kimmy 60 prozent doppelquote erhalten wobei du gerade eben ein doppel vorbeigeworfen hast das weiß ja keiner dass du das versucht hast und ganz ganz starkes spiel und hier 54 56 am ende für die german stebe ist 54 für den feind danke für spiel leute sagt er nur german schneewesen sagt jo ein mann der tausend worte also schön gespielt modiert 180 dort weg 21 30 prozent auf doppel es mehr als ordentlich na